Wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Wir sind die drei Lustigen Zwei von Vierkant Tretlager und ihr schaut Nachtfahrt TV. Und dann irgendwann hat mich Joe Cocker abgeholt und hat mich zum Formel 1 Rennen gebracht. Aber ich meine, das sind halt so Erfahrungen, die ich halt nicht so wirklich wahrnehmen konnte. Deswegen für mich war das einfach irgendein Typ mit einem lustigen Namen. Das ist zwischen diesem geschwollen daherreden wie eben und nackt auf irgendwelchen Partys rumspringen.